2 quest ist klar man ihr habt glück dass wir in aromen punkte ja brauchen arbeitsgesucht so eine besuch für einmaligen aufhört darf sich nicht vorziehen menschen fürchten findet euch am chance bei den docks ok und anschlag habt ihr arbeit für mich ein neues gesicht in der stadt habe die wüste überlebt was ich habe da eine aufgabe ganz zufällig nirgends und typen aus reingegangen gesagt ich will arbeiten eine besondere zutat gibt mir arbeit wir haben es in sich wenn man sie richtig einsetzt bringt mir eine handvoll und ich werde euch entlohnen eine prise gift jetzt hier alles ständig in dem gebiet na gut dann gehen wir erstmal machen mal kaputt und seine bande und seine freunde auch ich habe eure notiert gefunden was habt ihr für einen auftrag wir haben eine lieferung die in zwei wochen nach skorbois gehen soll ich handel mit kaiserdrüsen wieder drüsen müssen skorpion drüsen finden jetzt hier nochmals riesen ich bald tot in der bucht der moschus mag ein damen kraut ist aber macht ihr ein glück dass gerade ein paar kasse aus den süßen gekommen sind und stellen wir keine fragen natürlich würde die einzige question da unten ist dann räumen wir noch mal ein paar leute hier aus dem weg unsere quest liste ein bisschen abstreichen hier hier geht es nicht weiter klingt so schmerzhaft irgendwo gegen renne mein pferd der ist so schnell als ich das wird sich bin ich bin vor die da hoch gehören du bist irgendwie vor mir angekommen er höchst und so mehr los das ist von der quest eine priese auf dieser dieser riesen skorpion da kommen wir nicht zeigt ja ich bin ich erinnere war ein riesen skorpion da ist ja ich bin ich eingebildet die brüse 1 die brüse 1 noch mal eine war ja einfach so gut war der da gar nicht na klar Zack geht Küste. Mach eure Glocke kaputt. Ich habe die Glocke kaputt gemacht. Jetzt bin ich ja Gott. Oh, wir löften da hinter dir her. Der gleiche Lübter hinter dir herläuft. Wo ist die Wut? Ich brauche die Wut. Gib mir die Wut. Ich habe die Wut. Einfach. Füttert die Krähen wie Astarde. Hoffen wir, dass ihre Freunde sie finden, wie sie in der Sonne verfaulen. Es wird Zeit, dass sie die Eisenwölfe wieder fürchten. Der Ochsenstamm ruled. Wir sehen uns im Lager, hm? Wir sind viel besser als die Wölfe. Den scheiß wir deinen blöden Stamm. Ich wusste sie nicht mal mehr. Für Zeit für den Bandenkrieg. Nein, dann zündelt den Rassenkrieg an. Da gibt es doch bestimmt, ne? Wir bräuchten einfach in deren Gator ein. Mit unseren Leuten. Ich stelle mir vor, wir haben alle irgendwie so. Wir haben alle so irgendwie so, so, so. Kopftücher. Ja, er wollte auch ganz nagen. Wir alle haben auch einmal geknappt. So. Hier ist vergessen, der Ruin. Haben wir nicht schon mal drin? Aber ich habe vergessen. aber gerade gestört ich muss Das ist ein Lila da, deswegen. Ja. Hätte ich wegen dem Tonleuchter hier ja gar nicht gesehen. Hallo! Ich habe mich aber irgendwann gerade aktiviert. Ich weiß nicht was. Das hört man neunmal gern. Ich habe irgendwann einen Hebel gezogen. Keine Ahnung. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Ja. Ja. Dauer. Mann. Wie nervig. Eines Abenteuers. What? Ich weiß, dass ihr Schlangen hast, aber Gold erwartet euch. Nein. Nein. Wenn ihr ein Kind, habe ich einen Käfer, der einen Stolz und Preis dafür bezahlt hat. Dann müsst ihr euer ganzes Leben lang keine Schlange mehr sehen. Wie Jans. Ich bin ein Heideliter. Ich bin ein Heideliter. Aber da sind aber blitze. Aura. Boah. Das ist ein Heideliter. Nein. Also übrigens jetzt mal ein Heideliter. Warum nur 2 Tränke mehr? Ich bin auch nicht da. Ne. Ne. Nö. überläuft von diesen super geheimen secret boss den ich ohne dich getötet war damals als ich den präsidenten vor satan gerettet habe ja mit knife 5 betötet ist das dein bro boss ich muss warten oh shit in der heilig gib dir deinen skelett ich sehe da schon wieder ein schild in welch anders wird so schneller werde ich ja fett zu renne awa weiter kreise des tueils erst rein ich muss warten die tür ist verregelt wir müssen ja alles töten warum frage ich eigentlich nicht natürlich bis mal ist in dieser fall eingestellt noch zwei noch ein noch keinen weil wir zurück ich kann schon hier waren wir letztens macht um ja voll bekannt vor genau immer wieder gleich aus die ganzen lese sei ja ja waren wir doch mal drin ja ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht das ist wenn die mechanische ich konnte mir umdrehen ich nehme ihre habseligkeiten mit damit hinterlassen das ist die question für die dungeon einfach nur weil passieren wir noch mal machen mit den knochel für mir genau da sind sie auch heilig ich muss man finde sie hat einheitlich sein können ich bin noch nicht bereit nein 10 von 11 tränken jetzt habe ich wieder jetzt habe ich wieder neun warum du elf ja guck mal dann ich bin der awesome handsome hauptcharakter keine ahnung vielleicht ein sploten oder so was weiß ich kann mich nicht daran erinnern dass ich irgendwie noch mal nach dem motto ich brauche mehr tränke vielleicht weil man eigentlich nie der so hoch ist ich bin noch nicht bereit das ist ja nicht so wichtig wenn man eine skelette irgendwie so tränke schmuggeln oder was haha ja ich krieg für jedes skelett ich habe einen krank an herbei ist dann eben sie diese tränke lassen sie diesen barbaren lassen sie diesen barbaren pisser nicht davon wissen ja ach so gut wie man weiß dass es rumsteht nein hier schnell es geht jetzt aber ich kann nicht hängen hat geht das habe ich gesagt oh ich habe gerade wieder diesen einen Rüstungsgegenstand ich muss machen da hat meine blutwelle von meiner ultimate noch zwei weitere wellen dann hast du ja zwei über drei zusammen ja genau aber würde falle aber nicht so stark wie die ersten wellen dann kann ich nicht bei mir angehen oh Gott oh Gott nur so viel leitzen so viel gefangen nur sachen die ich nicht so toll finde so viele explosion ich nehme diese kiste obwohl das entstellten schreins ok ich kann eben ablegen warum sollte ich das tun wo ist eine andere kiste da oben nehme ich an ich muss warten ich muss warten ich bin auch nicht ok nicht mal heilig was soll ich denn mit dem ist ich bin noch nicht bereit machen wir die kiste eine tür oder entziegelt ja ich habe mich welche ja uns genau gleich wieder jetzt haben wir ein paar schiff wenn ich auf dem haupt Das war's für heute. bewegen kann ich hier überhaupt ein schritt zu gehen okay da gehen wir zu diesem lager der eisenwölfe haben auch immer wir machen sollten der achsenstamm ruhrt achsen geht vor noch ein tor ist ja gut du achsenknecke niemand kann so boxen wie die achsen wir haben eine menge zum abgeben mein gott war schon immer so leuchtend dann kann man sehen so leuchtend aus hier meine weine sie so hell aus wenn die sonne so genau darauf stand alles klar okay habt ihr da wo es bericht das hat er und er wird die doppelte schicht schieben bis sein lächerlicher möchte gern bad grau wird der verdammte idiot hat gelächelt als ich den befehl gegeben habe sagte sein posten würde jetzt viel ruhiger sein nach eurem sieg über die banditen er wird das gegenteil sein das versichere ich euch okay und die nächste tamir aus gruppe wurden aufreiten aber sie kommen wurde verdammt noch mal zeit für ein paar gute neuigkeiten kam hier ist eine enge freundin eine großartige köchin sie hätten eure hilfe nicht brauchen dürfen eisenwölfe hätten die straße bewachen sollen um sie sicher zu halten aber er sagt kacke er ist total ist die q a 50 durch jede art von konkurrenz sofort bedroht in seiner männlichkeit einfordern warum ich war mal noch 580 punkte in diesem kopf bestimmt 585 ich meine 575 dank der kräuter die zahl an ihren gepäck hat sie war eine fähige heilerin und gerissene kriege ich werde hier vor deine füßen auf den boot dankbarkeit erinnert euch an ihren namen und für die gut da hast du mir garten durchgegeben dann kann ich nicht benutzen ich kann den nutzen weg da eine wisse vielleicht denn durch noch mal nein aber du könntest den gebrauchen damit kannst du deinen bad weg spielen auseinandernehmen keine ahnung nächste quest abgeben ich habe mehr als nur tanktreisender seht euch um mag er denn ich war legendär ist verkaufen so schnell ist dann doch nicht zu finden ich habe eure magen kraut danke ich war schon eindruckend aus aber das wird jemandem eine gliedmaße retten was den geruch an geht in die teergruben eure kleidung rettet das nicht aber vielleicht heben sich die gerüche gegenseitig auf aber ich habe schon vorher so gebrochen haben wir ein bisschen abgeräumt trotzdem erst nur 13 von 44 neben quest wie geht denn da ich kann ein fordern ja ja aber wir müssen mit an champion er vorlocken sich gerade hier ich würde es gelät um den champion erfolgt zu locken holen wir deine skelette aus einmal draußen naja ok wir haben es ja so ein bisschen mit champions hier müssen wir aber damit einsammeln gibt riesen mama schon ein von 15 mit einem dicken skorpion mit giftdrüse meine mich nicht zu erinnern da muss ich hin da muss ich hin 509 stärke oder ich gegen schöne 203 das sind hier noch in zeiten der verzweiflung dann schaue ich mich ja schon mal um vielleicht bin ich an schreien also hier sind 20 schreien auf einmal alle wert plus 100 nehme ich ich bin noch nicht bereit irgendwie ein anderer spiel hat die alle so um sich herum gesammelt da ist ja gar nicht dafür so herrnte bernstein sagt ich bin noch nicht ich mach mal die ritual steht hier an darüber ist und sagen wir ja gerade 58 von 59 ich muss warten da hast du noch im blauen kreis herum ja jetzt noch ein blauer kreis muss er noch ein paar skelette erlegen den champion anlocken mein champion aber gerade erlebe ich nehme an aber mein champion ich dachte wir reden mit dem toten am boden wir waren auf dem weg nach tazarak als dieser dämon uns angriff ich hatte glück zu einem gewissen grad wie heißt der maju sie schlug ihre fänge in mich das gift ist nicht angenehm ich bräuchte eine bestimmte blüte um es zu behandeln die geisterpalme sie wächst in der nähe dieser alten knoch da man war für eine explosion ich habe mit den geräten rote explosion ich habe 99 von 100 an diesen bingern ich muss warten ich habe 100 von 100 und nun findet die geisterpalme da kann mir verlegt ich suche die geisterpalme schon gut los der zeit dabei auch gelaufen dann hier also im typ mit dabei war angesprochen ja ich habe auch eine da ist es hier anscheinend ich habe das schon gefunden geisterbaumblüte geisterpalmen blauen baumflüte das gehen wir zu einem typen zurück ich bin noch nie ist da keiner aber die blöde gefunden sie war fünf meter von ihren pern ein bisschen weiter gelaufen das hätte sie selber gefunden sie ist perfekt gerade rechtzeitig mein arm brennt wie höllenfeuer aber ich halte es schon aus ich trage die medizin auf und mache nicht auf den weg nach taserag seit gesegnet jetzt wird gott mein kind hallo ich gehe mit gott grüß gott geboten mit gott gehen oder mit jesus mit gott jesus time to go to heaven my child hier hat bideob gesehen ja diese von scorpion ja da muss man ein paar mal ok ok das ist hier für den nehmens immer die ganze aktuelle decimetri skorpione irgendwie stand da gerade ja gesehen oder jeder 100 dinge dafür sind wir alle einsammeln mussten dann geht danach nichts passiert jetzt hier den hier als fernstein sonde müssen wir hier was abgeben schatten der verdärmste zeigen sich erneut wohl so immer als bedeutet ich muss machen stupe 68 dass wir diese grausigen gaben mehr stärke bitte das war ein paar skorpione erledigen damit locken den scorpion king nächste woche einen tag vor weihnachten noch einmal zocken bis woche sonntag ist ja schon mal zum weihnachtsbesuch weihnachten kann war nicht dahin normalerweise schon aber diesmal hat sie keine zeit die hat ja noch andere verwandte ich weiß nicht wie sich daran dann muss ich mal an dem weihnachten nicht arbeiten das haben ja kamel nein das kamel ko geschlagen kamel das stimmt wirklich wie kenshiro als der wie jeden pferd geboxt hat es gab ja keine stoppe ohne oder ich muss warten nein die bleiben tot niemals hier steht darauf dass tote wiederbelebt werden die gegner ja fertig war bereit schon eine leiche die mächte ist bösen sind auch aufmerksam was dafür deuten was das bedeutet nein die mächte ist bösen ich muss das böse beseböse weil er ist ja doch doch da kommt so zu er ist hat hier beben der hand ok warum nicht na guck mal war diese eine christie ist geheimes volle gestalt belohnung ich glaube wir können diesen geist vertrauen ich dachte da wäre jemand am stehen aber eine statue und wenn da nichts ist damals ja auch nicht schade kein live schreie ich glaube spinne so ob wir machen folgt der vater morgana ok wir sind hingegangen was hier richtig wo ist die belohnung du hast gesagt von der lösung dann belohnen gewissen dazu was gutes getan die belohnung sind die freunde die wir auf den weg er gemacht haben er war einfach verächtlich am schnauben freunde freunde eine belohung von uns ich befürchte die freunde die sind besonders glücklich denn du bist ihre belohnung ein champion des bösen sind eure herausforderungen an was bedeutet das der luk fliegt im morgentag ja ja gefallen wenn ich das gefallen wenn ich das ich muss warten groß auf der teufel ganz groß auf der nasein muss hier noch sachen einsammeln ja ja schlucker nein das ist die katze aber ich kann es ja 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 oh ich habe alle glaube ich ich auch das lacht gefällig ja was hat dafür zeichen müssen gelber stern lassen gelber stern der ist weg den gelben stern auf der karte kein stern auf der karte und legendärer gegenstandort zwei an schwert das und als tagebuch kommen ja ich habe grüßen stimmt so orange stellen sind der legendärer gegenstände wissen wir doch schon ja ich muss das glaube eigentlich bei mir ist ja auch ein stück und stärker 22 stärker ich habe gesehen dass bei mir nur ein dolch gegen platze gegner blutspieß haben sie wieder weit anderes reinpacken aber schön da war ein glück habe ich den stern war wahrgenommen da war irgendwie noch so ein tagebuch oder so ich weiß ja das ist wieder die beste ich war gut gelohnt was ich wie du da legge der gegenstand lag mensch hat hier ritual städte ist ja ich habe sowas symbol karte der tor städte aktiviert zwei von drei ja da ist noch eine quest von als gezeigt trägt hier fliegen mal schon wieder er majo geht's euch gut ihr seid es ich fürchte mein arm hat die geister palme die blüte die ihr mir gegeben hat zwar wohl verfault kein grund zu sagen jetzt nehme ich auch ein ist unsere schuld getrocknet in einem sicheren verstecken denn her auf bringt mich dorthin ja du geht es euch gut da ist er noch ein abend ich bin auch nicht bereit der wächst schon wieder nach einfach sein die dämonen scheint sehr an euch interessiert zu sein verdammte monster wo kommen die her schnell und sagt in dieser welt ja das klingt sehr sicher ja 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 lebst du noch mal so irgendwas stimmt nicht schon in ordnung ich kann ihn behandeln lasst es uns einfach zu meinem versteck schaffen kannst du nicht gerade noch ein kamel kannst du nicht benutzen endlich sicher wir haben es geschafft ich brauche nur einen augenblick jetzt explodiert sein armen straße ins verderben er hat schon direkt das nächste ich bin zwar keine art aber ich würde sagen da gibt es nicht gut das ist keine gewöhnliche infizien bitte ich habe gold drin sind meine gesamten ersparnisse ich gehe rein und bereitet alles vor das hätte alles wäre alles wieder in ordnung nehmt euch was ihr wollt sicheres versteck naja lass uns mal beurteilen ja mal sehen wie sicher das ist nein fünf riesen dämon fünf lebson nein da ist ein bitte warum sollten wir die eigentlich aufsamen wenn die ideen irgendwie so krank gemacht ja unsere waffer die blüten zermahlen und was ist ja war mir klar das ist unser erstes mal wir wissen wie man so hat um die erst mal nehme ich meine axt dann würde ich sie ganz langsam an einen kopf ich bin noch nicht erst der in die hand nehmen es ist nur noch eine hose von mir ruhig gewinnen schwaches elixiertes schmettern dieser quest strang war doch sehr interessant irgendwie schon